Jetzt fahre ich gleich das erste Mal in ein Tonstudio mit dem Sascha und das wird sicher mega cool. Los geht's! Der Sascha kontrolliert gerade eine CD auf Fehler. Er schaut halt, dass alles perfekt ist, dass sie dann auch produziert werden kann. Charlotte war sehr interessiert. Ich glaube, es waren einige Informationen dabei, die sie vielleicht bislang noch nicht so bewusst wahrgenommen hat. So, das war der erste Tag im Studio. Als nächste Station fahren wir dann zu einem anderen Produzenten, einem Kollegen und besuchen ihn im Studio. Ich bin gerade wieder mit Sascha unterwegs bei einem Kollegen von ihm in seinem Tonstudio. Der produziert gerade Musik fürs Fernsehen. Man hört immer von Universal Music, aber die machen so viel, von dem man nicht weiß und jetzt habe ich echt viel mehr gelernt und mitbekommen, wie eigentlich am Anfang erwartet und es ist super. Da. D.: Vielen Dank.